EWG7 Ich bin so wahrscheinlich Matze Katze Matze Katze Der ist doch im Forum Oh ok Das kenn ich nicht Doch das ist Forum Guy Name für Gelese Im TG Forum So zieh in seine Hand und sage mir was du davon hast Sie sehen mich zieren sie grollen Ja kann man machen Ich habe schon schöner dahin gesehen aber ich will die auch ein Ich bin jetzt Kryptik Takt. Takt. Organize the bound of mitreise. Takt. 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 Das kann ich mal ins Besskate. Willst du das können? Nein. So wie sich das gehört. Dann die Farbe. Diese Karte. Du. Du. Ich glaube es ist schwarz. Jetzt mal auf mich selber. Ja. 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 Irgendwie ziehe ich nur Schocks und keine Tests. Ich habe keine Targets mehr im Deck. Keine Targets mehr im Deck. Wahrscheinlich beides nicht mal ne Möp. Ja. Ähm. Ja. Manchmal den Möp kaputt. Ja. Du das. Soll ich mein Tauberspieler noch? Ja. 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 Ich muss ja nicht mal dieses Lass. Das ist ja nicht mal dieses Lass. Das ist ja nicht mehr online. So. Dann du. Ich habe das Lass. Fenster hier. So ist doch hier. Das Chat nein. Chat schreibt nur keiner was. Ähm. ähm, ein bisschen kam, oder? Draw! Sascha kommt ja doch nicht mehr, würde ich sagen. 20 Minuten. Vorblech? Ja, was hast du jetzt? Mine, ich hab Kawa Towa, Mini Mine, und einen Play. 8 Millionen. Ja, so sieht's aus. Schon geil. Wenn wir da in Schaden 14 auf 9 gehen, das kann ich nicht dulden. Ich möchte ihn gerne. E-Mont. Und jetzt haben wir auf E-Mont, 4 mehr. E-Mont. Dann... Ist das jetzt schon mal der Karte? Dann nicht. Ja, das gehört wieder. Wird stillig. Wird stillig. Okay... Ja, weiter. Dann nochmal Fettstoff. Ja... Hier wird U-Tron geflasht. U-Tron hat grad hier schon, äh, Twinohren dicht verhauen. Aber wir können gleich mal wechseln, und die anderen sind noch am spielen. E-Mont. Keine Ahnung, wer Matzemann ist. Aber... Matzemann? Hat der alles? Ja, klar. Dann du. Tja... So... Na, das, das, das. Dann ist noch zweimal... Ja, gut. Dann... Spiel mal ein Treasure-Match? Ja. Trigger. Komodeck! Woll ich mir mal ein Sundering Titan? Spiel ein Sundering Titan? Ja, ja. Kann ich ahnen. Kannst du tun. Ja. Trigger der Sundering Titan? Ja. Dann mach ich dir mal... Blood Crips... Das Ding kaputt. Achso, ja, äh... Äh... Wann... Äh... Ich muss mir Mana cool tappen, wenn der Ticker auf dem Stack geht. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, dann tapp ich mir mal einen Sparsus und einen Rutsen. Ja, dachte ich mir. Ja, dann die drei. Die drei. Okay. Rein. Dann würde ich abgeben. Dann würde ich noch... Terminieren. Bist du ja sicher? Ja. Gut. Dann wird er terminiert. Dann triggert er nochmal. Dann hast du die beiden dann kaputt. Ja. Dann bist du. Mach du. Ich verstehe doch bei mir, wenn du da bist. Du hast nur noch eine Hand, Alter. Und ich habe noch einen Ugel in der Hand. Zwei. Ja. Da bist du. Ja, dann... Dann... Dann spinnen. Dann du. So. Oh, alle mal noch Serena. Dann mal einen Ugel. Ja. Dann... 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 Ich verwende euch keine gute Idee dazu zu machen. Normalerweise frisst der dann Gold. Dann mal minus 6. Dann du. Dann 3 Schalen auf dich. Ja. Dann 1 und 2. Ja. 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 Und... Kopie. Bounce, John. Tja, soweit. Original. Bounce, Sicherheits in Arena. Spons, John. Spons, John. Spons, John. Tja. 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 Hallo. Das ist doch sehr gut nach England, Mano. Tja, Tja. Tja, Tja pro. Will ich mal Taschen überreichen, in der Marke raus. Bauen wir mal die Kopie. Ja, das hat es auch gemacht. Beide Runden lang. So, wo ich die Welt rauskomme. Zwei. Da ist die Bolle, wenn das auch frei wird. Wie kann ich die Raum geben? Ja. Ja, das müsste nicht. Ich meine? Ja. Ich will gar nicht wissen, meine Leute, was ich nicht hören soll. Dann hauen. Hm? Ja. Ähm. Ich möchte nicht mehr als Partner. Wie eigentlich? Ja. Kannst du gucken. Äh, das kann ich nicht mehr. Naja kommt doch nicht mehr. Weil? Das Powerplan kaputt, ne? Ja. Ja. Ich mach mal das Backup. Ja. Ich will falsch. Ähm. Jetzt will ich mal diese Karte. Ja. Dann, ähm. Dann, ähm. Dann, ähm. Und dann Combat. Jupp. Mille dich. Nein. Dann du. Jetzt treibt sich auch schon im Chat rum her. Hm? Wie ist das denn jetzt? Ah. Dann machst du ein Powerplan. Ich hab einen deutlicher, falsch genommen. Und dann bist du. Ja. Das ist ausgetappt so. Hm. Dann Combat. Mhm. Ich hab acht. Mann, äh. Ja, spiel ich, äh. Hm. Ja. Dann machen wir noch die Funde. Und das dann. Mach mehr. Was? Das ist gleich. Gut. Ja. Gut. 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 Ja. Gut, ich muss noch mal gucken, ob ich sie kommen möchte. Ich muss einen kleinenen Sorry. Nein. In der Miene. another Mine. Jo. Ja. Es ist defung TP. Ja. The Tellman erfiast ی. Combat. Mein Bruder ist auch neiner. Wer ist denn dein Bruder? Ich weiß nicht, wie er sich hier nennt. Ich? Ja. Nennt sich Pennies Bruder93. Pennies Bruder. Oh, sagt er Schickhochsprach? Ja. Geh doch. Ich hab schon kein lieber aufstehen. Ihr seid ja gemein. Können auch Leute schreiben wie ich immer? Ja. Nee. Du brauchst ne Account-Werder. Ach so, brauchen wir ne Account-Werder. Account. Oh, passt. Krass. Du hast richtig gefunden. Oh, fuck. Ich bin da mit Schickhoch. Creep. Creep sagt er was. Nee. Die ist zu schwach. Ein Engler, zwei Snappies, ohne Instant-Wassball und vier Lenden. Noch nicht so groß. Ich hab besser eine gesehen. So. Ich hab die ganze Zeit eben ne Map auf der Hand, obwohl ich... Obwohl ich äh... Sabine? Ich hab das noch eins, oder? Das ist manchmal so echt zweischneidiges Schwer. Oh Mann, ey. 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 Mein Bruder will mich aufstehen sehen. Sommerschlag. Ja, ihr könnt... Gleich, wir spielen schnell. Ja, ich versuch's mal. Ja, ich versuch's mal. Ja, Creep. Ah, passt. Du. Könnt ihr auch mal... Nicht anmelden. Nein, nein. Hä? Hm. Na, ist ja wieder ganz normal. Ja. Ja. Ja, das ist doch trotzdem, oder? Ja, die kommen dann halt uns. Wir sind's. Ja, ich mach mal die Map kaputt. Nein. Was? Oh. Nur wenn der Cola ganz kommt. Hoh, 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 Hoh. Hoh, 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 Hoh. Hoh, 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 Hoh. confusing, luckily, Hoh, 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 Hoh. Die sollen neu. Was ist denn so ein bisschen teilen? Oh, scheiße. Geh im ganzen Drei-Drein-Länder. Na ja, die hätte ja noch gewohnt. Oh, das wäre doch cool. Oh, so. Oh, das war's. Jo, das war's. Jo. 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 ja 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 dann dann du dann Das ist gut. ja das kommt davon wenn das deck zum ersten beispiel dann besorgt ja ja Ja, ich weiß nicht noch mehr. Oh, wie war der denn? Der war ja noch ganz kurz. Der Origins ist geklaut. Und du? Ich habe eine Lächel. Gibt es hier an der Fender? Ich glaube, ein Auge auch. Ich mache es auch nicht. Ich mache es auch nicht. Stimmt. Hallo. Hallo. Nein, ich war eigentlich geil. Wie gesagt, du brauchst die Heide rein auf den. Und das neue Sieg rein, dann brauchst du noch 2.50. Aber die haben die noch dabei? Ich weiß nicht. Genau, der Atomokala ja. Ja, das ist noch Engel. Ja, das ist Engel. Ach, ich schweige. Du, ich habe eine neue Zeit. Zeig mal. Ja, das ist doch gut. Ja, das ist doch gut. Einfach kurz behindert. Es sieht aus wie ein Trisator. Komm dann direkt auf dich zu. Gefällt mir jetzt eigentlich so? Dann komm weiter. Ja, du. Ich habe 13, ne? Hallo. Ja, du komm mal, komm, 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 komm. Ciao. Hier gibt' Dinger aber gar nichts mehr, komm. Ja, du kommst, komm. Ja, ich hab' die Karte. Ja, du kommst, komm. Na komm. Ja, du kommst. Ja komm, du kommst, komm, komm. Ja, du kommst, komm, komm. Wann du? Voll schlecht und so. Warum hast du jetzt festgehalten? Du hast auch nichts. Du. Ja, Blut haben wir auch nicht gemacht. Ja, deswegen. Der muss jetzt jumpen wie ein Boss. Lecherlich. Hm. Ziemlich flottet. Bemerken. Dann kommen wir jetzt. Ja. Ja. 1-1 Chips. Ja. Du musst ja voll in den Aquan. Ja. Jetzt sagt er. Was hast du denn da noch? 2 Minen und ein Powerplant. Dann zerstöre ich doch mal das Powerplant. Das habe ich vorher mit dem Namen. Dann lege ich mal noch ein Land. Dann würde ich hier mal in der Second Main Phase gehen. Ja. Dann mal weg. Dann du. Du. Warte mal. Ich spiele die Mine. Trigger. In Response auf den Trigger. Äh. Warte mal. Lass uns mal kurz überlegen was du darüber warst. Ich halte prioritär. Ja. Ich bin klar. Ich meine. Ach so. Okay. Ja. Das willst du. Alles klar. Ja. Remind ich mir den. Reden. Der Map. Ähm. Dann Riemann ich die Map. Dann Remind dich die Map. Hm. Ich ziehe mich. Ich bin verantwortlich. Ja. Stimmig zusammen. Hm. Was war das denn? Challenge aber. Ziemlich Crap. Glaube ich. Ich hatte Wissens Fortscore und zwei Disclos. Das hab ich schon hart gekriegt. Ich hab zwei Es gewonnen. Wir sind jetzt fertig. Bis zum nächsten Mal.